Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben wieder eine Billigbatterie unter 5 Euro. Das ist das, was noch in 2022 gibt. Excuse me. So, wir haben hier eine Pyromoldbatterie und zwar die Tristan. Sie hat 19 Schuss im Kaliber 20 mm. Wie gesagt, eine Pyromoldbatterie. Sie gab es im Aldi für 4,99. Ist eine Cracking-Batterie mit bunten Sternen, soweit ich weiß. Werden wir trotzdem draußen sehen. Und wir haben eine NEM von 133 Gramm. Dann würde ich sagen, für 133 Gramm, 4,99. Schauen wir uns die draußen mal an. Und schreibt euch mal in die Kommentare, würdet ihr diese Batterie kaufen für 5 Euro oder eher liegen lassen. Also Freunde, bis gleich draußen. So Freunde, jetzt haben wir hier noch die Tristan. Schauen wir uns mal an, wie das kleine Tristan wird. So Freunde, also für 5 Euro, absolute Kraft-Empfehlung. Nehmt's euch mit. Schauen wir uns mal an.